Leo Kranz, wir sind jetzt hier in Innsbruck bei dem ersten Olympischen Jugendwinterspiel. Wie hast du dieses Spiel bis jetzt miterlebt? Also ich bin sehr begeistert von diesem Spiel aus verschiedenen Sichten. Einmal organisatorisch, auf der anderen Seite haben wir ein ganz tolles Team. Unsere beiden Athleten sind sehr einsatzfreudig und ich glaube, sie rufen auch ihre Bestleistungen an. Man sieht natürlich, wie schwierig es ist in der internationalen Konkurrenz, um auch ganz vorne zu fahren. Aber ich glaube, sie machen hier sehr wertvolle Erfahrungen. Wie ist es organisatorisch? Welche Schwierigkeiten gibt es hier, speziell für kleine Länder wie Lechterstein, um hier mindestens zwei Athleten hinzuschicken? Wie ist das Vorgang und wie schwierig ist das gesehen? Es ist sehr schwierig. Also man muss Quotenplätze machen, vorher bei anderen Rennen. Und man sieht das, wir haben jetzt zwei Plätze, wo wir da besetzt sind. Wir sind natürlich im Nachteil, dass wir bei den anderen Sportarten, ob das im Skeleton, ob das im Pop, ob das im Biathlon ist, Skispringen und so, keine Athleten haben. Und durch das, dass wir noch in zwei Sportarten vertreten sind und dort ein Maximum theoretisch gesehen werden, zwei Sportler checken zu können, sieht man, dass es überhaupt schon schwierig ist, dass man überhaupt daran teilnehmen kann. Wie zufrieden bist du als Präsident mit dem Ergebnis der zwei Athleten? Ja, man muss es auch sagen, wir haben über das Ergebnis immer wieder, wir möchten, dass es die Bestleistungen abrufen kann. Natürlich ist es so, dass man auch als Präsident hofft, dass man da ganz vorne platziert sein könnte. Aber man sieht halt, es ist internationale Konkurrenz, es ist schwierig und ich glaube, sie machen wertvolle Erfahrungen. Und ich hoffe, dass sie aus diesen Erfahrungen auch ihre Lehren daraus suchen, dass wir in Zukunft dementsprechend auch noch bessere Klassierungen erreichen könnten. Marcel, Chef der Mission, wenn wir das Ganze mal anschauen, wie ist es für dich aus organisatorischen Gründen, was macht dieses Spiel so speziell? Speziell ist es sehr, dass es so international ist, dass die besten Athleten da sind in diesen zwei Jahrgängen. Wir wissen auch ein bisschen Handicap, weil sie bei den jüngeren Jahrgängen dabei sind. Aber sie haben sich sehr gut geschlagen und vielleicht auch von der Organisation selber her, wenn man die Strecken anschaut, das sind Weltcup-Strecken und die Jungs haben sich wirklich tapfer geschlagen. Du hast gesehen, die haben schon kulturell was gemacht. Magst du da vielleicht ein bisschen genaueres Detail gehen? Ja, also vor zwei Tagen haben wir ein Video geschaut. Das war ein Video-Arbeit über Lawinen. Es war schon spannend, was für eine Kraft die haben. Und gestern sind wir in der Seegrube gewesen. Das ist ein Orketen-Skigebiet. Dann haben sie eine Slack-Line und Zipfel-Bob-Fahrer. Das haben wir auch nicht gemacht. Ja. 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 Ja.